da wären wir auch schon wieder ich habe ein zettel vor mir liegen darauf steht storage chips squeeze harvester und smelter befüllen damit ich mich jetzt nicht in die nächsten folgen ablenken lasse jedenfalls nicht zu sehr warum ist das hier nicht voll mit lava sollte das ding jetzt hier wieder ausstellen du kriegst keine lava richtig obsidian ist das schon drin 61 das reicht aus aus kein laber mehr für dich so jetzt aber smelter befüllen das klingt sinnvoll zumal wir doch recht viel von denen ganzen anderen ersten haben müssten also eisen wie immer problematisch da werde ich jetzt auch nicht sofort drauf starren aber die ganzen anderen dinge also gebe ich mal ein erda 250 aluminium ort zum beispiel dezent viel gold die frage ist nur was davon brauchen wir überhaupt also brauchen wir jetzt zum beispiel aluminium 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 inge zahlen nur fünf also ja wir brauchen aluminium das heißt ich habe erst mal das aus dem system weil es ein slot weg nimmt davon stack und dann reicht das schon gar nicht mehr ach stimmt ich kann das ja direkt aus dem system rausholen das ist praktisch das me system ist super wieder tolle sachen und iron 26 stück drin das ist gut also du rein du rein du rein 26 ernsthaft 9 18 7 wir brauchen noch ein iron bitte was die t da rein mit okay wir warten dass das gemacht ist währenddessen schmeiße ich schon mal das glas rein storage spaß kann erstmal hier rein du kannst da rein du kannst da rein ich brauche mich ein bisschen platz im inventar wir können nicht alles im system schmeißen das ist sehr irritierend für mich normalerweise konnte ich immer alles ins me system schmeißen weil mein rest system recht schnell recht groß wurde aber hier mit dem ressourcenmangel nicht genug storage chips punkt 1 auf der liste das ist dann schon ärgerlich so iron dust aluminium dust blub 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 habe ich irgendwo wieder meine picke reingelegt ja 3c das geht nicht auf so du kannst raus also sagen wir noch den squeeze haben wir auf der liste und den harvester squeeze 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 braucht sinn ein sturdy casing das braucht bronze wir haben nicht genug bronze okay das ist kein problem wir haben schon öfters aus versehen bronze hergestellt dann können wir es jetzt ruhig mal auch gezielt machen wir haben ganz klein bisschen tin drin ganz klein bisschen copper aber nicht genug das heißt wir nehmen jetzt tin so holen wir alles raus kopper holen wir alles raus und schmeißen es da rein copper tin und das aluminium kommt raus klick 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 also bronze dann stellen wir das sturdy casing hier damit können wir den squeezer herstellen der squeezer nochmal zur wiederholung der ist dafür da dass wir aus den samen vom feld samenöl bekommen und das samenöl müssen wir in einen barrel pumpen oder kippen oder wie auch immer da hinbringen und dann in das barrel müssen wir einen heuballen rein tunken und das ist denn so ein alternativer bienenkorb ja ist ein wenig komisch aber ist halt ein skyblock da können wir nicht einfach überall in der welt bienenkörbe verteilen wie es normalerweise wäre wenn man mit den bienenmords spielt da hat man normalerweise so einen kleinen kescher damit läuft man durch die welt sucht bienenkörbe haut dann mit dem kescher auf die bienenkörbe rauf und dann purzelt er bienen raus und ab und an ein bisschen honig zerstört aber den bienenkorb das heißt er muss recht weit rumlaufen um dann alle seine bienensorte zusammen zu bekommen ändert so ein bisschen an pokémon dann kann man ja noch züchten ja passt also dafür ist also der squeezer da damit wir unsere bienenproduktion kickstarten können und wir brauchen es auch später für eine quest und ich glaube es war dafür noch irgendwas wichtig also macht schon sinn das ding zu bauen ist er schon fertig da brauche ich ja raus 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 9 18 27 müssten noch drei bronze übrig bleiben ungefähr also squeezer bauen squeezer aufstellen ist nicht das problem aber squeezer mit energie versorgen könnte problematisch werden da bräuchten wir wieder die fluid für die wir nicht im inventar haben nicht hier haben duck da ja das reicht und wir brauchen ein dynamo ich denke nicht dass wir noch vorrat haben ne dynamo und da haben wir auch nicht so viele sachen wir haben unter anderem kein inva mehr das ist jetzt ärgerlich also das hol ich noch raus weil dafür brauchen wir wieder eisen ich hätte mein eisen eigentlich ganz gerne in eisenform weil ich habe so dermaßen viel zeug aus eisen herzustellen so tin kann rein aluminium kann rein oh stop 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 ich habe es schon wieder getan es stand nicht auf meinem zettel also habe ich es getan ich habe aluminium brass hergestellt alumini neom brass was sollte ich niemals gleichzeitig reinkippen aluminium und kupfer gut also kann ich tin rein werfen ich darf nur kein kupfer rein werfen ich will unbedingt unbedingt ne zentrifuge haben also eine feuerresistente zentrifuge dann kann man anhand der dichte die materialien auseinander ziehen also dieses flüssige metall das wäre echt super da 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 oder dass man einfach ähm daraus barren gießt die barren in pulverizer schmeißt und das pulver dann irgendwie auseinander die fungiert keine ahnung irgendeine maschine kann sie dafür bestimmt finden äh also ja das wird eingeschmolzen die du kommst da rein die hauen wir mal raus so 918 haben wir noch 2 über im system das ganze zeug sollten wir mal zerlegen so 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 und ich würde mal sagen ein 2 storage chips jetzt schon herstellen damit wir wieder anfangen können das system zuzumüllen ich finde das echt doof nicht zuzumüllen mhm also ja gold nuggets und double compressed cobblestone will ich nicht wirklich im inventar haben also hätte ich jetzt gerne 1 storage äh da 16 ist das nächste höhere schon ne da 4k storage dafür brauchen wir ein storage segment dafür brauchen wir storage cells dafür brauchen wir nix so drei stück storage segment und oh wir haben keine gold dingens bummens mehr äh gold dingens bummens oh wir haben kein quarz cutting ding mehr glaube ich doch nicht äh doch haben wir nicht ok das waren glaube ich 2 davon ein stick so irgendwie war das die sagen erstmal weg 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 so und 2 eisen oder war es andersrum ja so rum war es ok das heißt du rein du rein wir hätten jetzt gerne wieder storage dann hätten wir gerne ganz viel gold jetzt hab ich denn da angeklickt achso storage block ja nicht das dauert noch segment basic processor du 1 2 3 4 gucken wir mal wie weit wir kommen ich denke mal was wird am redstone malen 10 stück 10 stück reichen erstmal also und ich brauche die eigentlich gleich also basic so ihr kommt mit ihr kommt mit werde gleich zerlegt mein inventar ist so voll so du da rein warum haben die öfen nichts zu tun genug glas habe ich momentan aber robber könnte man bestimmt reinschmeißen so ich guck mal kurz runter was das system sagt das system sagt geht so bisschen platz haben wir ja ok dann haue ich mal das zeug rein das zeug rein so ein bisschen übersicht hier die metalle auf jeden fall so casing muss ich nicht reinschmeißen mhm also die chips werden gerade geschmolzen wir haben 22 buckets im system ich saug das echt langsam raus na gut also goldchips werden hergestellt eisen könnte ich glaube ich mal wieder nachlegen ja da ist wieder irgendwas schief gelaufen ich habe vergessen von der hand nachzulegen bestimmt ja rüttelt nix ok du rein damit wie war das mit dem importer ich müsste also wenn die prozessoren da oben gleich Hallo Spinner wenn die prozessoren oben gleich geschmolzen sind müsste ich genug haben um den letzten importer zu bauen damit ich nicht immer wieder von hand nachlege beziehungsweise vergesse von nachzulegen also ihr rein da ich hätte gerne einen importer basic importer dann fände ich gerne das und das und du und du und du und fertig hey 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 runter da lang so du saugst jetzt einfach alles ein das heißt sie kriegen automatisch lava haben also automatisch strom sie kriegen automatische ressourcen sie schmeißen automatisch hinten ihr zeug raus das kommt jetzt im e system da wird sie entweder hier neu einsortiert um es kleiner zu machen oder es wird hier reingestopft wenn es das ist jo ok hat hier lang genug gedauert also das müsste jetzt soweit funktionieren und ich müsste mich nicht mehr drum kümmern ich muss nur noch weiter ausbauen dass mehr auf einmal produziert wird aber das kommt später also nächster schritt waren die storage chips storage storage segment hätte ich gerne einen von ein 4k storage chip hätte ich gerne einen von tada da oben hin 4000 bytes also viermal so viel wie einer von denen kann aber auch nur 63 arten von gegenständen rein tun trotzdem können wir jetzt mit ins inventar sauber machen rein 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 den nicht dich auch nicht die exporte erstmal auch nicht so du gehörst nämlich hier hin und ein bucket gehört dahin wegen notfall und so die sache hatte ich nur rausgenommen damit das im system entlastet wird und das lasse ich auch erstmal da weil so wirklich toll ist es immer noch nicht ich denke mal wir haben uns jetzt ein zwei folgen erkauft an platz im me system danach muss der nächste chip her so hier wird was der dirt produziert lava ja was die lava angeht wurde schon mehrfach gesagt ich sollte die lava hier ersetzen also zum einen sollte hier drunter fließende lava äh nicht fließende lava die geht nämlich schneller also schmilzt schneller als fließende lava also ein lava source block ist schneller als fließende lava was noch schneller wäre wäre ein netherrack brennender ich weiß aber nicht ob ich das jetzt schon machen will oder ob ich das erst mache wenn wir das ganze system umbauen was wir aber auf jeden fall machen könnten wäre ein basic exporter bauen damit wir noch ein crucible mehr haben wir arbeiten wobei haben wir wirklich lava probleme also wenn das obsidian ding da aus ist der tank sieht eigentlich gut aus 10.850 geht zwischendurch runter geht aber generell immer weiter hoch obwohl die dinge da verbrauchen obwohl die dinge verbrauchen obwohl das ding verbraucht obwohl das me system selber recht viel verbraucht also nö das spare ich mir lieber den exporter weil ne ressourcenprobleme und so mhm was sagt mein zettel storage chips einen haben wir gebaut squeezer wir müssten jetzt ja bronze haben das baue ich aber lieber oben weil ich will nebenbei noch ein bisschen materialien hier reinschmeißen und rausholen oh hallo pickaxe wo man sich so alles wieder findet so das ding kommt auch raus gib mir den tippchen tippchen tippchen